Hallo liebe Freunde, ich habe heute noch was kleines Besonderes, ich habe nämlich von Lumi und von Hardcore Saxony, mit dem ich Wurms gespielt habe, die spielen auch Rocket League und die wollen die Kisten nicht aufmachen und deswegen habe ich die Kisten von denen bekommen und die werde ich jetzt mal aufmachen, 10 Stück an der Zahl, die hätte ich schon noch gerne oder die, die Räder, die finde ich echt schick insgesamt oder halt den Dominos GT oder Takumi, würde ich auch noch nehmen, ja, das hätte ich gerne und los geht's, mal sehen, dass wir es mal so kriegen, wir werden dann noch ein paar Viererkisten aufmachen, das sind die aktuellsten, die einste sind ja die ersten, ein und zweier Kisten und kommt hier mal was Sinnvolles raus, oder kriege ich wieder nur, ah, Breakout, Dot Matrix, die habe ich leider schon, nicht so cool, freue ich mich nicht so sehr So, wir haben hier noch zweimal, machen wir erstmal eine Viererkiste auf, hier habe ich echt wenig, ich finde die Spirals zum Beispiel echt schick, den hier habe ich schon, den Proton Boost, zugleich auch das einzige, was ich davon habe, so richtig Ach, und dann habe ich hier halt in den oberen Bereich, habe ich noch ein paar Sachen auch schon Also, mal gucken, was wir kriegen Vielleicht kriegen wir hier mal was Schickes raus, das wäre ganz toll Uh, da war ganz viel Gelb und Rot, ah, das sieht nicht gut aus, wenn es da oben durchgeht Oh, knapp vorbei in den Area 51 Frech Wahnsinn, ein Gizmo Das ist so ziemlich das Nutzlos, was du kriegen kannst, ein Gizmo So, dieke So, machen wir nochmal eins auf Wann sehen, was diesmal rauskommt, na Oh, wie ne Mystery-Dickel, Gold Ah, das gleich nochmal Ah, Mann So, wie viele haben wir denn noch, vier haben wir noch davon Sind es zur Hälfte durch, manchmal die Zweier-Champion-Crate auf Hier will ich den Warlock immer noch haben Das ist das, was mich eigentlich am meisten interessiert Weil, das finde ich echt nice Und ab und zu spiele ich halt mal, wenn ich mal mit Freunden spiele oder so Wobei die Lobos sind halt auch ziemlich schick Also, los geht's Oh, der Tease X-Dimit ist ein X-Gin, den hab ich halt auch schon wie dreimal oder so Moment, da war das falsch So, jetzt haben wir noch zwei davon und vier Champions-Crate-4 Also Immer zwei 2-1-2 Ne, 2-1-2-1 So rum Oder 2-2-2 Machen wir 2-2-2 Oh, da war die FSL Oh, verdammt Die FSL hätte ich gern noch gehabt Roadhog Snakeskin Ja, ich spiele keinen Roadhog So, noch mal Ja, so Aufmachen Komm schon Jetzt noch was Gutes Den hab ich schon Muss mal gucken, ob ich den Trade-upen kann Vielleicht Äh, die ist zwar echt ganz schick eigentlich Aber den hab ich leider schon So, jetzt machen wir noch Die 2-1-Kisten auf Dann hab ich genau noch einen Schlüssel übrig Den ich irgendwann nochmal aufmachen kann Ich hab nämlich schon ein paar Kisten aufgemacht 27 waren's davor 37 sind's jetzt Nachdem ich die 10 Kisten aufgemacht hab Bis jetzt Ah, ich will die Photon davor Oh, nein Ich will die Photons haben Oh Weiß nicht Äh, ist nicht so schick So Eine Chance haben wir noch Ich will die Irgendeine Eine von den beiden Rädern draus haben Die hier drin sind Die sind nämlich echt geil Ah, ich krieg den Boost Wow Das einzige Rote, was ich nicht haben will Der fucking Trinity Boost Finde ich irgendwie so Mag ich nicht Habe ich viel schönere Boosts Bis jetzt schon So, machen wir die 4er-Kisten auf Die 3er, wie gesagt, interessieren mich nicht Wenn die irgendjemand haben will Könnte gerne Bescheid sagen Ich will noch was von den Seltenen Sachen in der 4er-Kiste haben Hm, die sind nämlich auch ziemlich schick Komm schon Äh Ja gut Der Kilo war zu wenigstens ganz nett Zumindest nicht die Basis Basislevel an Drops Die man kriegen kann Yes Ach, den werde ich wahrscheinlich benutzen Wenn ich nicht einen tausche So Letzte Kiste Was wird's? Was wird's? Was wird's? Kommt hier nochmal was schickes? Nepp Nix schickes dabei Oh man Wow Ist das hässlich So, mal gucken Was wir hier neu haben Breakout Dot Matrix haben wir zum Beispiel Ah, da müsste ich den Skillful Goalkeeper für den Dominos Snackskin wegschmeißen Könnte er den Mh Will ich den Dominos Snackskin wegschmeißen? Ah, da muss ich mir noch überlegen So, jetzt gucken wir mal Hotshot High-Tech zum Beispiel Ja, hier Oh, hier habe ich einen Ja, wow Für den Gizmo Scheiß drauf Dat X-Devil Für den X-Devil habe ich doch sowieso einen Snackskin Wuh, habe ich zumindest die Spiral Wheels bekommen Hier kann ich nochmal einen tauschen Komm schon, gib ihm Takumi Anubis Ich habe den Verdacht, dass der nicht so geil ist Anubis Ah, der ist ganz nett, aber Näh Da ist der schon viel schicker Ah, guck mal, das kann man hier noch eintauschen Sehr schön Da kann ich den Jawohl Ich habe den Dominos GT endlich Ich habe ihn endlich Huch Hier, wo habe ich den, meinen Dominos Da habe ich meinen Dominos Da kommt jetzt der Dominos GT rein Würde ich behaupten Ja, so können wir ihn lassen, finde ich Sehr schön Habe ich den wenigstens bekommen Hat sich jetzt zumindest gelohnt So, das war es für das Case Opening Wie gesagt, nochmal schönen Dank an Lumi und Felix Für die Kisten, die ich da bekommen habe Und ja Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder Bis dahin